Musik 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 Oh, was er? Wir müssen die Zeitwahrnehmung warten und die Zeitwahrnehmung kontrollieren. Helaas, das ist schon für die 3e Mal, aber das ist nur für alle anderen. Und sicher für die Organisation. Nach rechts, direkt langs die Boot, das geht auch gut. Und da kommt die Heuvel wieder an zu helfen. Ja, gelukkig doet de Zeitwahrnehmung bedoel ik heb gezien dat ze dus binnenkwistproces een hele goede tijd kan maken hier. En volgens mijn scherm is het de Jusse Barabek en Thijs Kamport. Kijk eens avond. Een geweldige leuke tijd voor de Heuvel bij de Heerweg. Een prachtig gezicht trouwens. Het lijken we nog zitten naak op z'n leven. Die zal anders doen dan zij staan. Even kijken naar dat remonteren. Daar zijn ze weer. Ja, dan komen ze horen. En daar zijn ze nu op een keer voor 26. Dat met Thomas erbij zitten. Maar ja, wel. Ze pakken weer de tijd voor de 30e Boot, die we gezegd hebben. 18. Ogen in de midden. Kijk eens aan het volgende hele leuke tijd. En de leuke tijd voor de Martien is. 36.69. Ik ben ontzettend bleefd. Maar. Ja, ze pakken het video uit. Kijk naar de tijdlejinming. En het meestal weet ik dat ze doet. Dat gaat nog. Maar komt dit bij de nieuwe tijd. De eindtijd zal worden. Aber die sind die Schuss der Körner zu erhalten, aber die sind die Schuss der Körner der Ablantienste. Hier waren wir hier in der Ablantienste. Hier werden wir hier in der Ablantienste. Hier haben wir hier in der Ablantienste. Wir haben unsere Bevleugelte-Erin-Ali-Ali-Ali-Ali. Ja, das ist ja nicht, 33.03. Aber es ist eine sehr enthousiaste Person, die in der Mitte ist. Dann gehen Sie nur nach unten. An das Wurzeln. Und dann nach zwei gedeelten. Hier geht es auch mit einem schönen Tag. Denn Mitch, der Weg bleibt verhogen. Und schnell geht es. Und das macht es. Das macht es. Und es hat das eine exe, die ist. Wir sind in 37.46. Wir sind in 45. Wir sind hier in Moren. Und das geht nicht. Mama ist schlecht an diese Zeit. Maaklich, was ich vielleicht. Wir sind hier in der Nelle. Diese Zeit wird festgelegt. Und Sie werden es schnell aus als erstes. Wir können jetzt so sehen. Denn Sie haben über 100.000대icio. Sie werden jetzt noch das schnellste Zeit haben. Aber es ist eine sehr schöne Zeit. Das ist eine große Herausforderung, die wir hier in den letzten Jahrzehnten haben. Die sind zum nächsten Mal. Die sind schon so viel zu tun. Das ist ein paar. Das ist eine Kriese! Die werden einen wenig wenig zwang hier. Die werden einfach schauen. Aber sie müssen ganz schnell hier oben gehen. Er will nach unten, so schnell wie möglich er will. Nergens nachschauen, nergens nachschauen. Nicht nach Mama, wie solltet er auch gucken, aber nach unten. Das ist der Schluss mit der zweiten Zeit. In diesem Fall wird die zweite Zeit, dass sie nach unten gehen. Eine sehr schöne Zeit haben. Und das ist auch für sie eine sehr schöne Zeit. Nummer 28. Sie wissen es. 25 Sekunden wird hartstikke schön sein. Und wenn man das Fahrrad macht, muss man als ein Kogel gehen. Und dann muss man auch eine Zeit unter dem. Aber dann muss man die Fahrrad inhalten. Das machen sie sicher. Das wird eine sehr schöne Zeit. Das könnt ihr gut sehen. Sie packen jetzt noch die schnell ein. Das haben wir schon wiederholt. Das ist eine ganz großartige Sp tots. Die Fahrrad gemacht die Fahrrad zu verbinden. THIS klingelt. Das muss man sich dafür haben. Das ist wichtig. Das ist die Fahrrad zuして. Das ist die Fahrrad zu fahren. Das ist es einfach so schön. Das sind aller Müll nach unten. Das ist eine große Zeit. Das ist eine höhere Zeit. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020